Ja hallo zusammen, Matchcon zu einem weiteren Let's Play und ich bin wieder ultra motiviert. Ich hoffe nach Deckcheck und Real-Life-Gameplay seid ihr wieder bereit dafür. Ich bin ja im Moment sehr viel bei Magic Duels unterwegs, aber es bringt auch gerade Bock die Season zu spielen. Wir haben immer noch unser Krixis Deck, die Kommentare haben mich ganz klar überzeugt. So viele Leute fanden, dass das Deck echt cool ist. Das können wir echt weiterspielen und ich habe echt schon so ein paar Karten im Auge, die wir für das Deck brauchen. Einmal die Mana Base, auch viele Kommentare oder viele von euch haben auch gesagt, Origins Booster wäre mal was zum Aufreißen. Wären bessere Karten für das Deck, muss ich komplett zustimmen, Langwish. Jace wurde vorgeschlagen, Evolving Whites müsste auch da drin sein. Und Evolving Whites wäre für unser Deck echt mit das Beste, damit wir endlich dieses Problem mit den Sümpfen und den Schlammkriechern unter Kontrolle kriegen. Ihr wisst was ich meine, hier unsere geilsten Early-Dinger. Die Dinger sind wirklich so stark in dem Deck. Also was eine Standard-Zeitboard-Karte ist, kann man hier durchaus in dem Spiel locker als Main-Deck-Karte spielen. Ich habe auch nochmal durchgefiltert, um unser Eldrasi-Projekt anzuschauen. Sultai-Control wurde auch vorgeschlagen, mit Blau-Ramp, wir haben Nissa, die geilen blauen Spells, ein paar geile schwarze Spells. Kann man auch mit Eldrasis spielen, die Idee fand ich auch Hammer. Das wäre vielleicht auch so eins unserer Grinding-Projekte. Später, wenn wir genug Geld haben sollten, um Booster zu kaufen, dann zeige ich euch auch den Set-Fortschritt. Also wie viele Karten ich euch eben Set habe, das kann man ja beim Booster-Kauf nachgucken. Das machen wir dann direkt zusammen. Und ich muss sagen, ein Pile-Drasis haben wir tatsächlich schon, abgesehen davon. Grausames Gemetzel, das ist so eine Limited-Bombe mit unseren farblosen Kreaturen. Das ist einfach das ultra einseitige Must-Removal, mega stark. Und wir haben echt schon ein paar ganz gute Sachen. Wir haben einen Pathfinder, einen Trümmerverwerter, einen Eldrasi-Zerstörer, der ist auch ganz nett. Einen Zwilling der Verwüstung, stelle ich mir auch sehr stark hier in dem Spiel vor. Ja, ist eigentlich ganz geil. Unten hatten wir noch Sword-Nauts hier, wenn ich mich richtig erinnere. Warum sind die Sword-Nauts hier nicht dabei? Ich habe doch alle Colorless. Ah ne, die sind nicht richtig echt Colorless, deswegen war ich so verwirrt. Wir haben noch einen Todbringer und zwei Seat-R-Gedankenlehre. Eine Raumverzerrung haben wir schon, zweimal verzerrtes Geheul. Also das ist schon geil. Also ich denke mal, damit können wir schon arbeiten. An unserem, jetzt an unserem Griexis-Control-Deck habe ich nichts verändert. Ah, wir haben 90 Gold. Quests schauen wir uns auch nochmal kurz an. Ist ganz geil, wenn wir neue Quests dazubekommen. Boah, guck mal, wie viel wir hier spielen. In den letzten Editionen haben wir echt nicht viel gemacht. Wir müssen da mal dran arbeiten. Also hier, wir haben immer noch wirklich 10 Zaubersprüche, indem wir alternative Kosten bezahlen. Das kriegen wir halbwegs hin mit Flashback und Surge in unserem Griexis-Deck. Für 80 Gold ist das okay. Außerdem haben wir hier noch einen Slot, der erst morgen aufgefüllt wird. Und wir haben hier eine 120er-Quest wiedergekriegt. Blaue oder schwarze Zaubersprüche wirken. Perfekt. 120 Gold ist Bombe. Farben passen. Und ich wollte mal durch die Erfolge gucken. Aber ich glaube, für die Erfolge kriegen wir kein Gold. Richtig? Also ist es uns egal, ob wir Erfolge schaffen oder nicht. Egal. Wir wechseln mal in den Kampfmodus. Wettstreit. 30 Gold warten auf uns. Oder 50. Wir haben ja heute noch keinen Sieg eingespielt. Erstes Duell des Tages. Auch für dieses Video. Manchmal filmen ich ja mehrere Episoden an einem Tag natürlich. Da kriegen wir nicht immer diese 20 Bonus Gold. Ah, schauen wir mal. Ich hoffe, unser Deck kann halt noch ein bisschen auf dem Niveau mithalten. Also ich denke mal, jetzt hier höher wir in der Rangliste gehen. Einfach dadurch, dass manche Spieler hier in dem Spiel schon viele Karten freigespielt haben. Kommen wir irgendwann auch mit, wie soll ich sagen, mit Können nicht mehr viel weiter. Uns fehlen halt irgendwann einfach ein paar Karten, denke ich. Oder einfach das gute Removal oder so fehlt uns. Da können wir dann nicht mehr viel mit Deckbau und Talent und Skillwett machen. Müssen wir mal schauen, wie weit wir hier kommen. Vielleicht können wir ja dann auch mal mit das Sultadeck parallel testen. Aber irgendwann müssen wir bestimmt ein bisschen auf Power setzen, dass wir halt nicht nur irgendwie verlieren. Ich bin mir nicht sicher, wie halt hier das Wertingsystem funktioniert. Also immer wenn wir selber im Rang steigen, sind unsere Gegner ja auch im Rang gestiegen. Also gehen wir mal davon aus, dass die Leute, die viel gewinnen, gegen die spielen, die viel gewinnen. So soll das ja wohl funktionieren. Oder ungefähr gleichstarke. Wobei natürlich auch Leute auf hohem Rang natürlich auch mit Decks spielen können, wo sie einfach Bock drauf haben, auch wenn Karten fehlen. Also denke ich, ist das auch okay, wenn wir mal ein schlechtes Deck zwischendrin spielen. Aber wir gucken einfach mal, wo wir Bock drauf haben. Ich meine, jetzt noch ein paar Spiele grinden mit Grixis. Das Deck ist halt echt geil. Also wir sind immer noch offiziell ungeschlagen. Schauen wir mal, ob das so bleibt. Wie gesagt, mal gucken, wie lange wir mithalten können mit den Karten der Gegner. Wenn da jetzt irgendwie einer kommt, der vier Planeswalker hat, dann haben wir halt verloren. Weil ich glaube, Planeswalker sind unsere große Schwäche. Wir haben keinen Planeswalker-Removal und da wir keine Counterspace spielen, mit wenig Kreaturen zusammen, wird das nicht so gut. Deco Jack, erst Rang 6, wir sind schon 13. Sick, das ist krass. Wir sind on the draw. Bombenhand halten wir. Klare Sache. Wir ziehen nämlich ja sowieso noch eine Karte. Wir haben zwar nichts für die ersten beiden Züge, aber wir haben einen Sumpf und einen Schlammkriecher. Das ist schon mal gut. Katalog zieht uns Karten nach. Das ist fürs Late Game. Haben wir immer noch nicht ausgespielt. Zermalmende Tentakel hätte ich ja Bock drauf. Und das ist noch eine Finisher-Karte. Also die beiden Karten hätten durchaus was anderes sein können. Aber wir können halt hier nicht so wählerisch sein in dem Spiel, glaube ich. Ah, wir haben auch einen klaren Anfänger uns gegenüber. Er spielt über 60 Karten im Deck. Das ist immer schon so ein Zeichen dafür, dass wir einen Neuling da haben. Dann schauen wir mal, was er sich zusammengebaut hat. Was er sich so gedacht hat. Bin ich ja immer neugierig. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall spielt er langsam. Oder es ist ultra laggy, weil es dann auch mega lange gedauert, bis er eben connected hat. Oder wir zusammen in das Spiel reingekommen sind. Keine Ahnung. Ja, muss man mal schauen. Ja, geiler. Geiles erstes Spiel, Freunde. Es tut mir leid, letztes Mal haben alle conceded, weil wir einfach zu heftig waren für sie. Und jetzt läuft da der Timer ab. Das ist halt so. Gecko. Jack. Digga. Was geht ab? Guckst du gerade zu? Wir warten auf dich. Wir warten alle auf dich. So, kleiner Schnitt. Ich hab mal gewartet, bis der Timer abläuft. Das ist ja unerträglich für euch vor dem Bildschirm. Ich würde gerne wissen, was das Spiel macht. Also es kann halt sein, dass er gedisconnected ist. Boah, weh. Er kriegt jetzt wieder eine Minute Timer in der anderen Mainphase. Ich hoffe, der Timer läuft jetzt nicht immer so ewig lange ab bei ihm. Weil das ist ja grausam. Für 30 Gold, ob ich mir das antue. Ah, okay, bis er wieder... Ah, nee, jetzt ist sein Zug. Und er hat wieder den ganzen Timer. Oh, Magic. Online Duels. Leute, bitte. Kann man den Timer da nicht so runterlaufen lassen? Ich weiß nicht, sind Hartz-9-Spieler noch unter euch? Und da war das ja immer so, man hat ein Zeitlimit, was recht entspannt war. Wo halt der Timer sehr langsam abgelaufen ist. Und dann kam in der Mitte so eine Zündschnur mit so einer Bombe. Das waren so die letzten 15 Sekunden. Und wenn man diesen Timer einmal hat ablaufen lassen komplett, dass der Gegner dran ist, dann hat der nächste Zug direkt wieder mit den 15 Sekunden Timer begonnen. Ist natürlich dann... Dann geht es halt relativ schnell vorbei. Aber ist halt okay, falls der andere wirklich einen Disconnect hat oder gar nicht mehr wiederkommt. Oder super AFK ist, weil irgendwie der Pizzabote geklingelt hat. Dann ist das halt ganz nett, dass das halt dann einfach abläuft. Wenn jetzt hier das Spiel unserem Gegenüber jedes Mal die volle Zeit gibt. Das ist ja ultra ätzend. Also ich tippe, das ist eine Minute. Ich mache jetzt auch wieder einen Schnitt. So, sein Timer ist abgelaufen. Und ich bin halt... Oh nein, jetzt ist er in den Discard auch noch. Da hat er noch einen eigenen Timer, weil er halt mehr als sieben Handkarten hat. Oh, ist das ätzend. Die können doch nicht ernsthaft von einem erwarten, dass man sich das anderthalb Minuten pro Zug anguckt. Das dauert ja eine halbe Stunde, das Spiel, bis ich den mit dem Schlammkriecher totgehauen habe. Und wenn ich jetzt aufgebe, habe ich ein Spiel verloren. Und obwohl... Boah, hoffentlich ist das nach drei... Will ich mir das wirklich geben? Okay. Geckojack wurde von der KI ersetzt. Kann ich jetzt lieven und kriege trotzdem meine Punkte? Ich kann wieder nur aufgeben. Wir müssen das jetzt zu Ende spielen, wenn ich meine Punkte haben will. Boah, wir panzern ihn jetzt einfach weg. Ist egal. Ich will das Gold jetzt haben. Jetzt habe ich hier zwei Minuten sonst für Nüsse gewartet. Da habe ich keine Lust drauf. Gehen wir mal aggro. Schlammkriecher aggro. Nächste Runde haben wir Katalog plus nur der Wind. Mit Madness. Das ist eigentlich ganz okay. Da kann man mit arbeiten. Ja, wenn er Burn im Deck hat. 2-4. Ist halt unser Störber gefühlt. Das komische Vampir. Plus noch ein Vampir. Okay. Die zu bouncen ist halt auch nicht so geil. Muss ich gestehen. Wir legen Rückzug nach Hagra. Viel geiler. Beschleunigt unseren Gameplan. Und gegen so Agro-Decks. Also wir spielen gegen Schwarzwald Vampire. Das Deck. Also das hätte ich echt gerne gesehen. Das Matchup. So richtig. Ab Turn 1. Aber wir hatten eine gute Hand. Also was soll's. Naja. Auf jeden Fall drainen wir jetzt mit unseren Landdrops. Das ist ganz gut. Er verliert immer einen. Wir kriegen einen. Und gleich halten wir uns einfach mal. Und aktivieren Lifelink. Und fahren das Ding nach Hause. Es sagen gleich kommen die starken Vampire. So ein roter Burn-Spell. Wäre ganz geschmeidig auf unserer Hand. Ist jetzt blöd. Weil er seinen ersten Zug übersprungen hat. Das hat ihn natürlich Tempo gekostet. Das ist jetzt nicht so das repräsentative Spiel dadurch. Aber egal. Wir grinden. Wir grinden. Wir wollen das Gold. Außerdem muss ich noch einen blauen Zauberspruch spielen. Nehmen wir die. Ah ne. Ich hab einen schon gespielt. Wir müssen ja in die Quest denken. Blau oder roter. Ne. Blau oder schwarzer Feld. Ich weiß es nicht. Egal. Hauptsache wir haben alles gespielt. Okay. Noch ein Vampir. Die guten Aristokraten. Mal wieder. Und sinnlose Raserei. Auch besonders gut. Das nach der Kam. Ah okay. Er will vielleicht blocken. Jetzt lohnt sich der Bounce. Uh. Da ist ja noch ein Land. Das ist ja schön. Also. Wir ziehen erstmal zwei. Werfen dann eine ab. Ja. Es bleibt. Uh. Haben wir nicht genug Mana für. Es bleibt bei. Nur der Wind. Bestätigen. Madness. Bounce in. Dann verliert er schon mal die Aura. Boah. Geiles Play. Geiles Deck. Das wissen wir ja schon. So. Machen unseren Land Drop. Dann wieder Drain für eins. Also Drain ist auch bei Magic. Ich. 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 Fasel ja immer in Fachvokabular. Wird mir vorgeworfen. Drainen beschreibt tatsächlich den Vorgang. Dass ein Gegner Leben verliert. Und man das gleichzeitig dazu bekommt. So von Live Drain. Alte schwarze Karte. Ein schwarz X. Gegner verliert X Leben. Man kriegt X dazu. Das war dann immer Drain für acht. Heißt man kriegt gleichzeitig auch. Und die da leben dazu. Dementsprechend viel. Okay. Das Deck hätten wir weggepanzert. Das ist halt Enchantments und Vampire. Aber mit unseren Pounce Spells und so. Ist das schon ganz chillig. Und wenn wir jetzt noch Abbasins Riechtspruch. Das schießt gleich zwei Schaden. Wenn ihr jetzt den anderen Vampir hinterhercastet. Dann machen wir das halt ohne Madness. 1-1. Alles tutti. Ansonsten. Das enttappt zwei Länder. Das reicht nicht. Das ist nur ein Schaden. Aber auch noch ein Land mehr. Um Giza's Geist mit Madness hinterher zu schießen. Also ich glaube wir benutzen den Richtspruch jetzt. Und pingen 1-1. Und geben Live Link oder so. Mal ein ganz entspannter Zug. Ein Land Drop noch dazu wäre gut. Ah ich würde halt echt gerne Karten ziehen. Deswegen würde ich gerne das. Also Länder ziehen. Okay. Ist das der dritte Vampir? Okay. Fresh. Ja alles hat Madness. Aber ich habe kein Mana dafür. Bitte. Aber das kostet nur zwei. Wir wälzen jetzt dennoch in den Büchern. Wegen den Land Drops. Bombe. So muss das sein. Wir enttappen das. Und ein Mountain oder sowas. Was Rotes. Ist das ein Mountain? Ja. Kann ich hier noch wählen? Abwehr. Dann tun wir den Geheiß. Das ist die Karte mit dem wenigsten Power Level auf unserer Hand. Schwefelfälle. Drain. Richtspruch. 1. Ich würde hier gerne die Blocker aus dem Weg räumen. Aber ich muss den mit der Aura abschießen. Um Schaden zu sparen. Er kann dann zwar eine Karte nachziehen. Was in dem Fall natürlich sehr gut ist. Weil er nur eine Handkarte über hatte. Aber wir greifen an. Wir spielen das aggressiv. Wir haben schon so viele seiner Handkarten weggegrindet. Also ich glaube nicht, dass er da nochmal hinterher kommt. Außerdem machen wir zwei Schaden. Er nur einen. Ist ja alles chillig. Besonders wenn wir dann irgendwie gleich mal uns Mana aufhalten. Für Lifeling. Okay. Wir kriegen zwei Schaden. Okay. Hätte man sehen können. So. Wie viele Länder in Play? Sechs. Wenn wir einen. Ein Mana Spell ziehen. Dann gibt es zermalmende Tentakel ins Gesicht. Und wir haben noch keinen mit dem Oktopus überfahren. Da warte ich noch drauf. Auch eine Madness Karte. Warum nicht? Ich will jetzt nicht angreifen. In ihn rein. Das ist ein bisschen blöd. Schade, dass wir kein Madness haben. Ja gut. Bringen wir mal ein paar Zombies ins Spiel. Leider halt getappt. Das ist der Nachteil der Karte. Wir überspringen mal unseren Angriff. Müssen dann jetzt wahrscheinlich einmal vier Schaden nehmen. Aber ab dann sind wir halt safe. So. Gibt das Ding Bedrohlichkeit? Natürlich. Sehr schön. Wir kriegen acht Schaden. Gut, dass wir jetzt so sparsam waren. Und unser Drain uns oben... Was? Okay. Okay. Gut, jetzt haben wir ein Target für unseren Kibler. Auch bekannt als mörderischer Drang. Und wir können noch einmal Lifeling gehen. Uh, wir könnten das auch searchen. Hm. Hm. Es ist halt nicht... Es ist definitiv nicht das richtige Play, das jetzt hinterher zu spielen. Weil wir haben voll viele... Nee, wir zerstören nicht unsere Zombies alle. Das ist doof. Okay, Blocks. Ich muss den Timer anhalten. Irgendwann. Irgendwo. Keine Blocks? Oder was? Alter, Spiel. Mach mich nicht fertig. Das hätte ich auch schon früher machen können. Weil es ist egal, wem ich Lifeling gebe hier in dem... Hat er jetzt? Doch, nicht mehr. Nee, okay. Ähm, wem ich Lifeling gebe. Ob das hier im Combat passiert oder außerhalb. Hauptsache, wir kriegen zwei Leben dazu. Das ist immer ganz nett. Oh, schon wieder haben wir mit den Zombies gewonnen. Ich würde so gerne mal mit dem... Mit dem Oktopus... Da ein bisschen ballern. Okay, er macht ihn immer fetter. Wenn wir jetzt einen Removal ziehen, ein anständiges. Wäre sowas von fertig. Das wäre schon traurig. Der mit Death Touch wird er nicht blocken. Wir drainen einfach. Kriegen wenigstens noch einen Lebenspunkt zurück. Wir aktivieren die Fumarole. Ab geht die Party. Ding. So. Er blockt einen. Äh, Liesel. Ja. Habe ich noch vermutet. Wir haben tödliche Schaden. Es sei denn, ich verkack das mit dem Switchen, wenn er sie nicht blockt. Aber wir haben eigentlich gewonnen. Wenn ich es nicht verkacke. Hallo. Hallo. Nein. Wag es nicht spielen. Ey, wollt ihr mich verarschen? Aktivierte Fähigkeit. Ja. Würde ich gerne aktivieren. Ich hab... Wer hat denn den... Hä? Ey, Leute. Ist ein Witz mit den Balken und aktivieren. Ey, das ist... Ey, selten so ein... Verkacktes... Was? Hä? Ach, das Ding hat Lifelink bekommen. Oder was? Habe ich es jetzt verplayt? Was hat er denn da drauf gespielt? Hä? Hat das Ding selber... Der hat ja selber Lifelink. Ich vollidiot. Okay, das habe ich verpeilt. Das habe ich verpeilt. Ja, es sind Karten, die sehe ich zu selten. Tut mir leid. Oh, ich weiß schon, wie ihr alle vor dem PC schon saßt und... Oh, ich sehe schon fast die Kommentare unter dem Video. Ha! Gut, dass es mir noch aufgefallen ist. Egal, wir haben das Ding eh gewonnen. Scheiße, wir können nicht mehr angreifen. Was ist nun? Er geht auf 12 und ich habe 12 Pa... Was ist das? Gott sei Dank kriegt sie nicht Doppelschlag oder sowas. Ich habe kurz Schiss, muss ich zugeben. Aber jetzt überlebt das wieder, richtig? Wir haben 8 plus 4. 12. 12. Ach, komm schon, ey. Müssen wir das jetzt spielen? Ohne zu surgen. Boah, ist das traurig. Aber da sieht man mal wieder, wie gut Manlands sind. Also das kostet 6. Dann können wir auch nicht die Fumarola aktivieren. Also Angriff für 8. Ich bin so ein Honk, ey. Unfassbar. Und wir spielen den Rückzug nach Hager wieder aus. Jetzt, gut, jetzt kann er uns halt nicht angreifen. Ey, das ist echt nicht cool gerade, das Board, muss ich gestehen. Bouncen halt alles nur. Habe ich jetzt gerade ein Missplay gemacht? Ich habe irgendwas falsch gemacht, weil ich nicht aufgepasst habe mit Lifelink. Irgendwas war da nicht richtig. Er kann ja jetzt nicht alles ausspielen wieder, oder? Ja. Wie stark wird der jetzt? 5, 2. Burn Spell from the top. Please. Please. Entschuldigung. Ah, er hat es verdient. Wie bestimme... Rot... Was? Abbrechen. Ich will die Fähigkeit aktivieren. Alter. Spiel. Boah, ist das ein Krampf. Willst du es jetzt wieder aktivieren, oder was? Ey. Ohne Witz, ne? So. Boah, Punktlandung. Klappt doch. War ein bisschen lucky, aber wir hätten das auch so geschafft, indem wir den Angriff anfaken. Er blockt nicht, weil er seinen Vampir nicht verlieren will. Wir switchen. Er geht auf 1 und wir legen das Land. Zweite Mainphase. Easy Game. Hätte auch geklappt. Okay, ich muss besser aufpassen. Auf Rang 14 aufgestiegen. Wir haben ein paar alternative Kosten gezahlt, ein Spiel schon mal gewonnen und unser Duell des Tages gewonnen. Und das war noch gegen den Computergegner. Das war eine Katastrophe. Schau. Oh, wie gerne hätte ich jetzt das Geld. Wie gerne hätte ich das Geld. Ich habe so Bock auf den Evolving Whites immer. Ich habe noch nie, nie, wie soll ich sagen, mich so auf den Evolving Whites gefreut. Wie lange habe ich das Ding schon denn echt nicht mehr gespielt? Wir haben wenigstens einen schnellen Gegner gefunden. Wir können ja nur kurze Trinkpause machen hier. So. Bin mal gespannt. Bin mal gespannt. Odin Brolin. Brolin. Oder ist ein Brolin-Mönch? Das kann natürlich auch sein. Äh, Mulligan. Äh, Keinmaligen. Oh, und wir spielen zuerst. Cool. Cool, cool. Geht klar. Fangen wir mit dem getappten Land an. Dann können wir zwar nicht Rot und Schwarz produzieren, aber entweder Rot oder Schwarz mit der Insel. Zwillingsblitz gegen die ersten Drops. Dann können wir einen Looter legen und dann unsere Hand aufbauen. Also es passt schon irgendwie. Aber er ist jetzt Rang 12. Schauen wir mal. Ist es bald Weenie? Ähm, Toppelgeist. So. Wie irig spielen wir? Die altbekannte Frage. Warten wir eine Runde? Verzögern dadurch unser Play mit dem Looter? Sind gierig mit dem Zwillingsblitz dafür und schießen zwei ab? Nein, das machen wir nicht. Ich glaube, ich habe irgendwann mal gesagt, wir spielen das Deck nicht gierig, weil es kann an diversen Stellen Karten Vorteil generieren und gegen alle Weenie-Decks gewinnen wir am Ende. Jo, wir gewinnen auf jeden Fall mit dem Ding. Ich schieße jetzt mal den Toppler ab hier. Das ist ein Spontanzauber, ne? Ich muss echt die Kartentypen mal lernen. Das ist ein Spontanzauber. Okay, weil wir haben so viele Removal. Ach, was ist denn das Ding? Das ist eine Hexerei, ne? Aber Madness. Wenn er jetzt nämlich einen One-Drop dazulegt, dann ärgere ich mich. Okay, wir haben alles richtig gemacht. Wir haben nichts verplayt gerade. Gut. Die Karte liebe ich im Echten. Habe ich schon im Modern im Aggrolum getestet. Geile Karte. Aber hier in dem Spiel absolut unspielbar, meiner Meinung nach. Weil, gut, du kannst spätere Land-Drops natürlich, überflüssige Land-Drops, okay, in einem Aggro-Deck vielleicht, in Schocks verwandeln. Aber, seien wir mal ehrlich, das ist ja jetzt nicht so geil. Wir legen auch mal Looter. Soll er meinetwegen Land reinwerfen? Ja, kann er ruhig machen. Wir haben genug davon. Dann hat er auf jeden Fall nicht mehr genug Länder, um ihn zu töten. Und verreckt hoffentlich da dran. Es sei denn, er spielt die billigen weißen Flyer. Aber das Deck scheint eher rot zu sein. Ah, Zwillingsblitz. Er spielt seinen Blitz auch nicht als Instant. Und, eh, okay. Dankeschön. Danke dafür, Digga. Ah, nee. Jetzt müssen wir leider in der Main-Phase Karten ziehen, weil wir unseren Land-Drop machen wollen. Ah, Sumpf ist gut. Werfen wir mal den Burn-Spell ab, den wir nicht casten können, mit Doppel-Rot. Wir haben immer noch einen Fury-Impulse, einen Notfalls, noch einen Bounce, um ein bisschen Tempo zu gewinnen. Den Gelehrten online zu kriegen, wäre natürlich geschmeidig. Der Schlammkriecher. Aber er liegt halt nichts. Es gibt doch keine vernünftige Möglichkeit in dem Spiel, äh... Ja, legen wir mal Schlammkriecher. Den kriegt er nicht kaputt, glaube ich. Nur mit zwei Ländern. Aber dann hat er echt nichts mehr. Und der Looter gewinnt uns dann das Spiel. Aber was will ich sagen? Man kriegt, glaube ich, nicht Länder aus dem Friedhof auf die Hand zurück. Im Modernen macht man das natürlich dann mit Life from the Loam. Da kann man sich dann drei Länder pro Zug zurück auf die Hand holen aus dem Friedhof. Mit Fetch-Ländern und so. Das ist natürlich ultra geil. Weil man dann später einfach unendlich viel Schaden verballern kann. Es ist halt eine sehr geile Damage-Engine im Modernen. Macht mir sehr Spaß zu spielen. Ähm, das ist jetzt... Tab enttappt eine Runde lang nicht, oder was? Ah, Nachforschung. Er zieht eine Karte. Okay. Ah, doch, sie enttappt doch. Äh, oh, Katalog. Ziel 2 wirft eine ab. Blöd ist, wir haben kein Ziel dafür. Ach, ist ein Spontanzauber. Ja, wir sparen uns jetzt den Land-Drop. Das ist egal. Wir machen das dann als Instant in seinem Zug. Und vielleicht können wir ihm so einen Turn stehlen, indem wir halt seine Kreatur bouncen im End-Step. Kann okay sein. Life-Link sehe ich jetzt auch nicht als sonderlich nötig an. Wir geben einfach mal den Zug ab. Voll in Ordnung, würde ich sagen. Ich glaube, das können wir entspannt spielen. Ich glaube, das ist jetzt nicht so unser gefährlichster Gegner. Er legt auch alle Länder hin irgendwie, anstatt den Tegel da gleich reinzuwerfen. Ich habe ja was Fettes auf der Hand. Ich weiß ja nicht. Okay. Kann er nicht aktivieren. Alles fresh. Hauptphase. Wann wechselt der Timer? Ich muss klicken. Angriffsphase. Dann gibt er jetzt den Zug ab, denke ich mal. Dann machen wir mal unsere Spells. Weil sonst... Krise. Er hat auch schon... Uh, 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 uh. Wie viele Mana? Ah, ja, nur zwei Mana. Schade. Ja, nehmen wir nur den Wind. Bestätigen. Also er kann ihn ja nicht wieder ausspielen in der Hauptphase, weil er hat schon ein Land ge... Äh, habe ich das falsch gemacht? Ziel zwei Karten wirft dann ein... Warum habe ich denn das Land abgeworfen? Was habe ich falsch getan? Die versunkenen Katakom wollte ich eigentlich nicht abwerten. Och, Mann. Ich habe doch ganz klar auf die Karte geklickt eben, oder? Ist das ätzend. Aber wir schießen ihn jetzt ab, bevor er ihn... Ach, nee, man kann ihn für eins zünden tatsächlich. Oh, er hat ihn sterben lassen. Spielfehler für Spielfehler. Äh, das kostet nur Doppelrot zum Ausspielen, aber eins zum Zünden. Oh, mir werden meine Fehler auch nicht, äh, hier negativ angekreidet. Oh, Karma. Ja, ich bin halt richtig dick mit ihr. Mit, mit, mit Frau Karma. Und, äh, die lassen wir dann schon mal eher sowas durchgehen. So, legen wir mal den Looter, um hier, äh, geschmeidig den... Nur der Wind mal vielleicht zu aktivieren. Äh, wir suchen eine zweite rote Quelle für unsere Chandra. Boah, wir brauchen Evolving Wilds, ohne Spaß. Am besten vier. Und den ganzen anderen Krempel spielen wir dann nicht mehr. Ich halte mal den Bounce-Spell weiterhin auf. Okay, der Bischof, der ist uns erstmal... Glatte. Nein, 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 okay. Hauptphase, okay. Wenn der Looter überlegt, spielen wir das nicht im Endstep. Die Karte wollen wir dann schon für Mertnis benutzen. Alles klar, cool. Hm. Sumpf ist jetzt, ja, ist nicht der schlechteste Draw. Aber eine rote Quelle, wie gesagt, auch nicht. Hm. Hm. Ich will mit demonstrativ alles wieder in der Main-Face. Alles ist okay. Unser Board ist stabil. Na gut, bei uns kommt aber auch nicht mehr viel hinterher jetzt, ne? Also, wir bräuchten mal hier in den Büchern wälzen, zum Beispiel. Oder, was gibt's noch so... Was haben wir noch im Deck? Wir haben noch irgendeinen Draw-Spell im Deck, auf jeden Fall. Das Read-The-Bones wäre natürlich ein geiler Draw. Einfach Hand auffüllen. Hand auffüllen wäre einfach cool. Oh-oh. Oh. Was? Warum lässt er denn ihn am Leben und nicht einen Zombie? Hä? Das war jetzt merkwürdig. Doch, ich kann's aktivieren. Halt, welches Mana tappt er dafür? Ich hasse dieses Spiel. Jetzt wurde ich um zwei Leben beschissen. Ich wollte nämlich, dass er nicht das schwarze Mana tappt, sondern das links. Ach, keine Ahnung, egal. Dann wird er die Chandra halt noch spielen können. Also, er hat definitiv kein Land auf der Hand, wenn er Chandra jetzt nicht gleich tötet. Aber was hat er denn ansonsten auf der Hand? Will er da die... Also, entweder irgendwas, was mehr als sechs kostet, was ich mir nicht vorstellen kann. Ähm, nur Revolten. Und ich hab nichts mit Power vier oder mehr. Okay, schade. Da war echt anscheinend nichts. Der Rückzug. Kann man mal machen. Macht die Lamp-Drops wenigstens gefährlich, ne? Oh Gott. Ey. Dieses Spiel mit seinen Fähigkeiten. Ja. Okay. Bitte. Danke. Danke. Wir kämpfen uns langsam vor. Man sieht wieder, wie gut die Schlammkriecher in diesem Spiel sind. Sie werden halt nicht von dem harten Removal getroffen. Sind langsam, aber gut gegen Aggro, Lifeling. Richtig geschmeidig. Richtig geschmeidig. Geil wäre auch mal so ein Scar ab. Dann können wir uns auch was aus dem Friedhof wieder holen und nochmal spielen. Hätte ich auch Bock drauf. Aber jetzt kann es gefährlich werden. Das ist die Sache. Er kann sich jetzt die Spielsteine machen. Die Clues. Und die immer wieder ausspielen. Äh, sacken und sowas. Also, er hat jetzt nur Draw Engine, ne? Aber wir haben so viele gute Karten im Deck. Kein Land-Deck. Kein Land. Fuck. Was kann er? Tappe ein... Diesmal verteilen wir Death Touch. Falls er Doppelblock, traden wir halt dann alles gegen seine beiden. Ich aktiviere auch schon mal Lebensverknüpfung. Hallo. Sicher ist sicher. Und? Block? Kein Block? Kein Block wäre geil. Oh. Er will es aber wissen, ey. Ja gut. Lifeling halt. Äh, Death Touch halt. Das ist halt gut, ne? Okay, 5 zu 25. The Top Deck is real. Komm schon. Wir haben zwei Scarps im Deck. Bücher wälzen. Read the Bones. Ähm. Irgendeinen Finisher einfach ziehen. Unser hier macht Zombies. So viele Incense Saucys wir drin haben. Notfalls das Surge-Ding. Naja, okay. Was halt mit einem zweiten Spell nicht so geil ist. Außerdem kann er die Krake mit dem Ding hier wieder verzaubern. Das ist ein bisschen doof. Äh. Also der Spell ist jetzt nicht so geil tatsächlich. Phönix wäre geil. Mit Eile gewonnen. Natürlich kein Phönix. Jetzt drainen wir, weil er keine Blocker hat. Achso. Ups. Das habe ich gar nicht gesehen. Dass das ja auch noch da drauf geflogen ist. Ups. Oh. 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 Ich rieche den ersten Verlust unseres Decks. Oh. 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 Wir brauchen viele Zombies jetzt. Wie viele Zombies können wir uns mit unserem Superspell machen? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ne. Was? Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben Zombies. Das gewinnt halt on the spot sofort. Also in der nächsten Runde. Ich glaube nicht, dass er irgendwie must remove. dagegen hat. Und wir leben noch. Warte. Wir machen nächste Runde. Macht er sechs Schaden. Wir gehen auf 14. Also wir sind auf jeden Fall noch eine Runde am Leben. Wir können jetzt halt nicht mehr so viele Land Drops machen. Aha. 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 Wir behalten es auf der Hand auf jeden Fall. Geben wir den Zug ab. Ach und eben war der Damage schon verrechnet. Wir sind noch auf 18. Dann ist cool. Dann ist alles cool. Okay. Gut, dass wir uns den Regen aufgehoben haben. Boah. Beißener Regen rettet uns vielleicht wieder den Arsch. Jetzt bitte keinen Pump. Oh, scheiße. Das sind 14 Schaden. Ha, 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 ha. From the top. Geiles Deck. Aber, muss man sagen, ist cool. So, nur gute weiße Kreaturen. Das ist ganz geil. Ein bisschen Auren, ein bisschen Controllig. Auf jeden Fall haben wir hier einen Spieler, der die ganzen guten weißen Karten aufgemacht hat. Ah. Oh, eine Runde zu spät. Hätten wir das letzte Runde gespielt? Nein. 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 Wir hatten... Guckt mal. Oh. GG. Shit, ist uns die Luft ausgegangen. Schade. Was hat er noch so um Deck? Boah, Alter. 14 Schaden in der Luft. GG, aber mega. Oh, und jetzt haben wir kein Geld. Es ist so traurig. Dann spielen wir halt noch eins. Lange Episode heute. Grinden. Wir grinden halt. Muss 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 halt. So, haben wir unseren Gegner auch gefunden. Oh, wir spielen vielleicht gegen was Rotes. Also wenn die Personen das so aussuchen. Ja, okay. Jeder hat da ein anderes Gespür, wie er sein Deck da gestaltet mit dem Avatar. Kassi ist Kassidos. Kassi, Kassi, Kassidos. Ah. Ah. Mit dem Telling Time halten wir das. On the draw. Ja, aber halten wir. Mal liegen auf 6. Oh, oh. Okay, kein First Drop. Das ist schon mal gut. Schlammkriecher. Ja, wir suchen uns. Wir sind auf der Suche nach dem Sumpf. Auf der Suche nach dem Sumpf. Aber unter den obersten 4 Karten. Wir ziehen eine. Dann Telling Time. Das wird schon passen. Das wird schon passen. Auch wenn jetzt nichts dabei ist. Reicht ja auch. Wir haben einen Katalog. Ja, Rot. Schlammkriecher. Ja, passt schon. Er legt auch nur Mountains bisher. Also absolut in Ordnung. Aber theoretisch könnte er wohl was spielen. Aber er möchte nicht und drückt nur nicht auf weiter. Das passiert mehr auch. Sprich, er hat einen Burn Spell. Der auf Kreaturen geht, den er jetzt nicht spielen will. Also auf Spieler oder Kreaturen. Und er hebt sich die für eine Kreatur auf. Das war schon mal gut zu wissen. Dass unsere erste Kreatur vielleicht Schaden kriegt. Also der Schlammkriecher wird wahrscheinlich überleben. Wenn wir in so einem Farben. Der Gelehrte aber nicht. Müssen wir gleich vielleicht mal drum herum spielen. Das ist schon scheiße, dass das Spiel sowas verrät. Best Rail Abbey. Okay, da kommt der Attack. Endstep. So. Zocken wir das noch? Jetzt wollen wir Länder sehen. Oh, Kacke. Obersten sechs, sieben Karten seit Beginn der Partie. Nichts ist ein Scherz. Wir nehmen mal Juri N. auf die Hand. Legen den Schlammkriecher oben drauf. Und Chandra kann erstmal weg. Dann Brick. Oh, Kacke. Ich schmeiß mal den Feuervogel weg. Den können wir uns später noch holen. Der wird jetzt erstmal nicht so relevant wahrscheinlich. Okay, wir spielen bestimmt gegen irgendeinen Weenie-Token-Deck. Dann wegen der Westfail Abbey. Er hat Erstschlag und kriegt später Doppelschlag. Ist erstmal okay. Wir brauchen halt Länder, ne? Land. Okay, wenn wir nächste Runde kein Land ziehen, dann... War's das? Mist. Was ist denn los? Was ist denn los heute? Dabei spielen wir so viele Länder. Und hatten das Telling Time. Also bitte. Das war mal klassischer Fall von... Einfach mal verkackt. Obwohl... Schauen wir mal. Schauen wir mal, was er dazu sagt. Da haben wir ja zwei Stück von. Die können uns auch erstmal... Vielleicht ein bisschen für Erholung sorgen. Wäre auf jeden Fall mal ganz cool. Wir ziehen auch immer die Finisher aus dem Deck raus. Oh, er beendet einfach seinen Zug. Cool. Ich will irgendwie Länder ziehen. Tut mir leid. Muss sein. Yes. Ich glaube, ich werfe einen unserer Finisher ab. Tatsächlich. Ich greife auch mal nicht an. Halt uns mal den Blocker offen. Plus den Fury Impulse mit Spell Mastery. Also doch mal drei Schaden schießen, falls jetzt noch irgendwas dazukommt. Auch vielleicht so ein Firebird wie bei uns. Drei, drei fliegend Eile. Man weiß ja nie. Wollen wir noch abschießen? Nö. Bedroht uns ja nicht. Ich warte lieber ein bisschen. Dragon Sky Summit. Schönes Ding. Schönes Ding. Dann spielen wir unsere Ruintaucherin. Und geben den Zug wieder ab. Ja. Weil er sie eventuell tötet, will ich ihn noch als Blocker haben. Also wenn wir wirklich gegen Mono Rot spielen, dann können wir das so langsam spielen. Warte. 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 Equip der irgendwas, dann müssen wir eine Leertasse drücken. Ne. Was ist das? Ah. Okay. Ah. Ah. Das Ding ist das. Alles klar. Dann darf gerne. Der Zug zu mir kommen. Jetzt wollen wir nicht in der nächsten Runde mal Bonuskarten ziehen. Endlich. Jori N. In Action. Die ist nämlich richtig gut, die Karte. Warte. Warte kurz. Was? Oh. Oh. Oh ja. Dann machen wir lieber das. Ganz vergessen. El Phönix aus der Asche aus dem Friedhof in sein Gesicht. Ab geht's. Hier bleibe ich mal auf Defense. Sonst geht irgendwas kaputt. Das Ding hat Erstschlag. Ich traue dem nicht. Da kommt ein kleiner Burnspell. Dann erst schlagt uns das Ding einfach kaputt. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Jetzt habe ich da keine Karte gezogen. Ich spiele ja hier ein bisschen eher zum Spaß. Nicht bestmöglich. Das müsst ihr ja verstehen. Ah ja. Das ist so einer, den er transformieren will. Kriegen wir auch nicht kaputt. Das ist ein bisschen doof. Das ist ein bisschen doof. Der Rückseite ist bedrohlich. 6-5 bedrohlich. Oh oh. Ja gut. Irgendein Burnspell dazu. Dann passt das wieder. Dann passt das wieder. Oh. Außerdem können wir Lifeling geben. Immer im Notfall. Dann ist eh immer alles ganz entspannt. So. Wir spielen mal den Looter. Der könnte nämlich nützlich für uns werden. Und ich würde ja schon gerne eine Karte ziehen. Ja komm. Wir spielen alles mal aus. Was kommt da noch? Gucken wir mal. Ah ja. Da ist unser Removal. Unser Flieger greift wie immer an. Wir müssen ein bisschen die Abtei im Auge behalten. Aber ich denke mal so schnell kommt da nichts. Ich weiß nicht. Kann man sich hier in Rot. Gibt es hier so Drachenfutter irgendwas? Ich glaube nicht. Also dass sich jetzt irgendwie übermäßig viele Tokens produziert auf einmal. Aber ich glaube das tut er nicht. Oh. Das Deck ist grün. Scheiße. Was? Ja okay. Kannste haben. Ja mal in der Luft für 5. Ist okay. Bitte greif nur mit dem Flieger an. Ja greif gar nicht an. Noch besser. Ha. Ja fair. Ist okay. Oh da da. 4 Mana. 5 Schaden waren das jetzt. Ist okay. Oh yeah. Wir brauchen gar nicht 2. Ich will aber 2 Spells spielen. Aber es sind es richtig. Warte mal. Fügt 2. X Schadens. X Schaden. Wir brauchen 6. X gleich 6. Ja warte mal. Erst auf 14. Wir greifen an für 11. Das geht nicht auf Spieler. Schade. Aber wir spielen trotzdem. Ja ne doch. Wir greifen nicht für 11 an. Wir greifen für 9 an. Und benutzen jetzt mal. Jetzt wird der Kartenvorteil. Er wird generiert. Bestätigen. Bestätigen. X gleich 6. Okay. 2. Rest. Ich hoffe ich habe das jetzt richtig gemacht. Das ist halt alles nicht so einfach hier. Ja. Geil. Zack. Zack. Für 13 kann er nicht spontan angreifen. Oder? Wir brauchen hier keinen Blocker. Oder? Nein brauchen wir nicht. Das ist Schwachsinn. Fuck. Diese Karte ist so schlecht. Gott. Mountain und Nebel ist ein Witz. Oder? Leute. Spielt die Karte nicht. Nur weil das jetzt hier einmal einen Zug verhindert hat. Es ändert nichts an Bord. Und er ist nächste Runde einfach auch tot. Irgendwie. Das ist. Fuck. Ist irgendwie voll die Dreckskarte. Blockiert keine Slots in eurem Deck dafür bitte. Es ist eigentlich ein Turbo-Fog-Deck. Wo wirklich alles voll damit ist. Egal. Wir haben das Ding ultra unter Kontrolle. Das Spiel würde ich sagen. So. Oh. Jetzt geht hier die Paddy ab, ey. Unter den Dielen würden wir gerne abwerfen. Ja. Wir würden es gerne Madnessen. X gleich 6. Und ich brauche ein rotes Land noch. Dankeschön. Dann ziehen wir eine Karte von Jori N. Wir kriegen 6 Leben und 6 Zoll. Und... Ach, Vollgas. Was soll passieren? Jetzt hat er keinen Nebel Mana mehr. 19 Schaden würde er glaube ich nicht hinkriegen. Es ist wieder so ein Werwolf-Transform-Deck. Scheint anscheinend auch echt spielbar zu sein. Sieht man ja jetzt oft. Aber ich glaube, wir haben die Karten nicht. Und ich rip gleich auf jeden Fall einen Origins Booster. Auf eure Empfehlung hin. Oder vielleicht sogar zwei. Wir kriegen 120 Gold noch dazu. Mindestens 120. Müssen wir mal schauen. Ich rieche, dass er ein Nebel in der Hand hat. Ich rieche es einfach. Okay, der haut für... Dann muss er... Warte mal, den blockt er. Fünf, sieben, neun, so. Das muss reichen. Dann gehen wir mal dem Vogel... Den Vogel... Den geben wir mal auf Lifelink. Mit dem Rest machen wir gleich irgendeinen Schwachsinn. Ich denke mal, er ist tot. Gut. Wuh. Auscontrolled. Eigentlich, unser Deck ist geil. Aber gut, das hat jetzt nicht... Doch, wir haben ein Spiel dazwischen verloren. Aber das war okay. Das andere Deck war geil. Hat mir gefallen. Gucken wir mal. Dank 14 waren wir irgendwie schon. Boom. Und? Gold? Na, es fehlt 10 Gold. Ist ein Witz. Oder? Nein. Egal. Wir machen jetzt noch einen Booster auf. In der Episode Origins. Originale. Kommt, Freunde. Ah ja, warte mal kurz. Zum Rücksicht im Store. 21% Origins. 8% Sendika. 29% Gatewatch. Und 23% Innistrad. Also, Sendika hat echt gelitten. Und ich pumpe jetzt weiter in Origins rein. Die Booster danach werden wahrscheinlich auch in Origins gehen. Und... Ja, was wollen wir haben? Planeswalker. Ein geiler für unser Control Deck. Eine geile Finisher Bombe. Irgendwie eine geile Rare Bombe. Oder eine Evolving Whites. Kommt schon. Kommt schon. Kommt schon. Kommt schon. Ja! 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 Junge. Wunderkind. Ja! Haha! Oh, Leute. Leute. Oh, unser Grixis Deck. Alter, wir können Jace spielen. Oh! Oh, unser Deck ist gerade besser geworden. Mmh. Okay, das klärt schon mal die Frage, was wir im nächsten Video spielen. Wir spielen weiter Grixis. Wir spielen noch einmal Grixis. Und dann versuche ich mal, das Sultai Control Deck zu bauen. Habe ich auch Bock drauf. Müssen wir mal schauen, dann wie das wirklich funktioniert. Aber das mache ich dann bei Gelegenheiten. Boah, was ist denn die bekackteste Karte in dem Deck? Wofür wollen wir Jace spielen? Die sind alle top. Rückzug nach Hagra finde ich jetzt nicht die stärkste Karte. Die Karte haben wir noch nie gezogen. Ist wahrscheinlich auch nicht gut. Aber egal. Die haben wir auch noch nie gezogen. Unser Heart Removal. Mit Jace können wir doch mehr auf Spells gehen und langsam von diesen gammligen Kreaturen weggehen. Boah, schwer. Okay, ich habe das Deck mittlerweile abgeschlossen. Jace ist drinnen. Nochmal kurz die Übersicht, falls euch das Deck interessiert, wie es aussieht. Haben hier Removal. Jace, zwei Telling Time, nur der Wind. Doppel, drei rote Removal. Zwei schwarze. Aber sinds Richtspruch als Removal. Zwei Looter. Drei Schlammkriecher. Ne Chandra. Juri N. Drei Draw Spells. Nochmal hier Removal. Feuervogel als Finisher. Hier unsere Testkarte. Zombies auf Madness. Mass Removal auf Madness. Heart Removal. Doppel Ska ab. Bücher wälzen. Unter den Dielen. Immer noch geiler Finisher. Die Felssalve. Und immer noch die Tentakel. Und unser Zombie Finisher. Unser zweiter. Vielleicht will ich tatsächlich den Zombie... Ich bin mir echt nicht sicher. Ich glaube, ich finde nämlich die Karte hier nicht gut genug. Und will dafür eigentlich ein Removal spielen. Aber das gucken wir nächstes Mal. Denk lassen wir jetzt so. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen dann nochmal. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Ciao.